Hallo zusammen, einen schönen Abend. Hier nochmal ein kleiner Denkanstoß. Wir haben uns zu diesem Thema schon einmal geäußert, aber es ist äußerst wichtig und darum melden wir uns nochmal dazu. Politiker wollen die Quarantänezeit verkürzen und man hört Gerüchte, dass es sich dabei um die Halbierung der Quarantänezeit handeln soll. Also statt von 10 Tagen auf 5 Tage verkürzt. Und das nicht aus gesundheitlichen Gründen, sondern weil die Infrastruktur in Gefahr ist, was bei Politikern auch so viel bedeutet wie die Wirtschaft, die Steuereinnahmen und all das, was damit zusammenhängt, könnte in Gefahr sein. Liebe Politiker, ausnahmsweise mal auf die Experten hören, wer aus solchen Gründen mit der Gesundheit der Bevölkerung spielt, der sollte schleunigst sein Amt niederlegen. Dafür plädieren wir ganz intensiv. Also bitte legt eure Ämter nieder. Leute, ansonsten habt einen schönen Abend. Lasst euch nicht ärgern. Keine Angst, keine Panik. Geht spazieren und auch all das andere. Ihr wisst, bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao. Schöne